So, Freunde, da ist er wieder. Ja, Sir. Verstanden. Ich sage es dir, Männer. Und dann durchquetschen. Schlupflöcher! Feuer erwidern! Müller! Das kann nur überbrechen sein! Nix Banzai. Aufwackeln. Kein Problem! Ich geb dir gleich putzig. Du wirst eine Flamme aufgehen. Hier kommen sie von oben. Wir sind genau da! Ratterzum 44. Aber der war knapp, ey. Ich guck an die Nachlademarsch. Nix runter. Ab in die Pfütze. Jetzt rattert sie um 44, Junge. Nachladen. Die Schweine dürfen mich nicht kriegen! Klare nach! Aber mich dürfen sie kriegen. Ne, wie immer. Verdammt! Granate! Könnt er wieder haben. Bisschen anfackeln alles hier. Japanische Infanterie! Uchikata! Ey, gibt Flamme auf! Was soll der Scheiß? Ich brauche einen Feuerschutz! Lade nach! Ich bin von irgendwo getroffen. Keine Ahnung. Flieg zurück! Flieg zurück! Ich bin reingelaufen. Diese Schweine! Sie kommen! Ah! 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 Wir sind genau da! Jetzt nur noch ein Kurozorn! Scheiß muss nachladen. Fülltes Timing. Ah! 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 Lassauern! Ah! Ah! Was heißt hier rein da? Wohrein? 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 Voreinfach gehen! Also wenn ihr collapse macht. As Erfahrung! Ach! Ich bin jetzt meiner Verdammten wie in der Welt... ...fohrein! Oh... Ja, verpiss dich doch da, du Elena-Idiot, Mann! Er steht vor mir, ich kann mich nicht bewegen, danke, du Elena-Bastard. Block mich nächstes Mal noch mehr. Schlupflöcher, Feuer erwidern! Mille, das Krab ist niederbrennen! Deswegen geh jetzt, Alter. Er ist in schlichten Züge, Achtung! Ich hab ihn angezündet, hab den Arschloch. Voll ins Gesicht, Junge. Sie kommen näher! Schönen, ihr kannst euch nur schnell! Guck, wer damit klarkommt. Guter! Sie kommen genau auf uns zu! Ah, tschüss. Nachladen. Was ist das eigentlich hier? Kein Problem! Das kam ja weit. Ähm, ne? Ne, auch nicht. Kann ich dir die scheiß Granaten 4 werfen, ne? Flieg zurück. Sollen sie erst mal mit klarkommen. Na? Ja, Sater! Echt, ne? Granate! Weg hier, verdammt! Ja, der auch! Achtung, Männer! Die Eki-Gakut-Toh! Deier schutz! und erledigt kommen nirgendwo richtig fertig und weg Feindliche Infanterie! Vorsicht! Scheiße! Ja, und die... Sind die dumm! Die wirft ne Granate, der wirft die zurück und dann krieg ich die ab! Sind die scheiß Pissgewehr nicht mehr, Alter, das regt mich schon wieder auf. Schlupflöcher! Feuer erwiedern! Mille! Das Gras rüberbrennen! Undeei! Wases! Sie kommen ab um pacing! Köpfe runter! Granate! Ups! Wesentlich besser als ihr scheiß Flammenwerfer. Jetzt ist der erstmal Geschichte da hinten. Das lassen ich mir nicht zweimal sagen. Wir kommen hier. Rumble. Wir brauchen sofort Deckung! Verheckisecke! Runter! Sie kommen näher! Wir sind nah dran! Boah, wo kommt die Schieße nicht noch alles her, man? Die kommen genau hierher! Erledigt! Sie sind genau da! Scheiße, Granate! Los, los, los! Geh weiter! Oh! Ich rieche diese Schweine! Sie kommen! Ja, du reingekommst! Geh weiter! Geh weiter! Geh weiter! Runter! Und in Deckung! Vorsicht! Warum lauf ich immer in diese Scheiß-Granaten rein? Los, rauf hier! Ja! Geh weiter! Ja! Geh weiter! Ich rieche die Scheiße! Und in die Scheiße! Oh! Zybuliusha! Ja! Oh! Ich bin... Mann am Boden! Aaaaaaaah! Kanappe! Deck hier! Nachladen, ach der Scheiß, Mann. Mein letztes Munitionspack. Ne, ich hab noch eins. Oh, jetzt kommt mein angefresstes Munitionspack. Boah, ihr Wichser, was soll der Scheiß, Mann? Hört eure Wichsgranaten, warum was denn? Ihr deiner Hurensöhne, ne? Boah, wie viel leben der um denn noch? Boah, wie viel leben der Scheiß? Und ich werd mal aus vor Ort kotzt, denn da rum, Alter. Ja, mit der verdammten Rüge. Komm mal rein! Jetzt wieder ganz rüge. Granate! Fliegt. Scheiße, Mann, der Flammenwerfer wird hin. Der Flammenwerfer wird an sich hier nicht viel helfen, glaube ich. So ein Gewehr wird euch das Beste überhaupt, was man nehmen kann. Eingezielten Ausschaltschuss. Geh einfach, ich deck dich! Das verdammte M-G deckt das ganze Gebiet ab! Miller, Rauch einsetzen! Feindliches Maschinengewehr! Rauch! 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 Kommt! Los! Sie können uns nicht sehen! Den Bunker sichern! Ob der mal hochgeht. Die kommen direkt auf uns zu! Gut, dass ich gesehen hab, dass der auf mich zukommt. Leiter Schutz unterwegs! Keine Granate jetzt nicht. Jetzt nicht! Ich... Oh, fuck you! Ich komm nicht in diese scheiß Festung rein. Das verdammte M-G deckt das ganze Gebiet ab! Miller, Rauch einsetzen! Lukas! Komm mal! Feindliches Maschinengewehr! Ich damit fertig bin nicht mehr. Rauch! Feindliches M-G! Gebe Deckung! Komm schon, Miller! Wir brauchen Deckung! Ich halte ihn ab! Keine Angst! Rauch! Ich rauch erst, wenn die fertig sind mit denen, Alter. Komm schon, Miller! Wir brauchen Deckung! Der ist schwer verlässt! Hilfe! Ein guter Schuss! Los! Sie können uns nicht sehen! Den Bunker sichern! Da kommen wir, Juni, dieses Mann! Hey! Gisekje! Hey! Du gehst rum! Augen nach oben und geh nach! Sie kommen näher! Wo lacht die M1? Der ist zu laufen. Granate! Tja, das wird nix, du edlener Bastard-Scheiß-Granaten-Boy. Wo, wo? So gut wie erledigt! Durch die Höhlen! Vor uns liegen noch mehr Bunker! Bewege! Geht der Graf! Nicht in die Batterie! Nein! Oh nein! Ich bin... Ey, wer wirft denn ne Granate da oben rein? Ey, Bastard, Alter. Das verdammte M-G deckt das ganze Gebiet ab! Miller! Rauch einsetzen! Ich geb dir gleich ne Kibirne-Rauch. Maschinengewehr! Ich will so lange oben gehen, ist da kein Eis. Rauch! 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 Feindliches Maschinengewehr! Ich brauche Feuerschutz! Lade nach! Komm schon, Miller! Wir brauchen Deckung! Halt die Klappe, Mann! Hier hast du deiner Rauch! Oh! Sie können uns nicht sehen! In Funker sichern! Achtung! Granate! Maschinengewehr! Die Mistkerle lassen wir nicht zum Schuss kommen! Die uns aber auch nicht wirklich! Mit Granate, diese Schweine! Wie einer versucht, das Scheiß im Geniehand zu nehmen. Wie soll ich das machen? Wie sollen die alle nach rechts machen, immer wo ich hin will? paar Stunden wiederufen... Gören! Güeg! Seite! Komm! Geh! Entwäh! Nehmen wir viel, Muni. Verreck. Musterie im Ambush! Schaffte du so! Zurück damit! Sie sind nah dran! Durch die Höhlen! Vor uns liegen noch mehr Bunker! Griffel! Verwärts! Folg den Zielen! Äh, nö. Rötzen, nö. Munition, Fehlanzeiger. Ich weiß, dass sie da sind! Ich bin wieder weg, aber irgendjemand blockt mich da wieder. Und etwas Munition war auch nicht schlecht, jetzt. Wusste ich doch, irgendwas gibt's hier noch zu holen. Platz da, ich komm mit ein paar Granaten an. Ich komm mit auf uns zu! Ich komm mit auf uns zu!